Ja, der Osterhase kommt bald und wir haben eine Aktion und zwar den exklusiven Sammelpatch von Tasmanian Tiger, 99 Stück und ihr wisst jetzt, wie du an so einen Teil rankommst, würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraft Areal auf Halt de la Portée. Das Video wird billigste Eigenwerbung, das muss ich gleich dazu sagen. Und es geht um diesen Sammelpatch von Tasmanian Tiger. Ich war auf der IWA 2022 und habe ja dort meine neue Liebe gefunden. Und zwar am Stand von Tasmanian Tiger. Na, na, ein Rucksack natürlich, keine Frau, ich bin verheiratet, dreimal reproduziert, seit 2002 verheiratet, was, meine Liebe habe ich gefunden, aber ich meine ja Rucksackliebe! Und zwar den TT Basecamp 52 oder wie der heißt. Oben bei mir klicken, wenn du ein enthusiastisches Rainer Rossmann ist total verliebt Video von der IWA 2022 sehen willst. Auf jeden Fall habe ich den Buschen und Matchern, wie man in Österreich sagt, diese Teile hier aus den Rippen geleiert. Nein, wir haben sie freundlich gefragt und sie haben gesagt, ja, okay, denn dieser Patch, den kann man nicht kaufen. Also zumindestens, ich kann ihn nicht bei TT einkaufen, also gehe ich davon aus, dass es einfach ein Sammelpatch ist. Und der ist auch wirklich gut, der ist wirklich gut, der ist wirklich gut, kann man wie gesagt ankletten. Übrigens, das ist auch eine TT-Jacke, oben bei mir klicken, die habe ich schon einmal vorgestellt, habe ich sehr gerne an, aber das ist gar nicht der Punkt, das geht ja gar nicht darum. Die Frage ist, ich habe 100 Stück gekriegt, einer gehört mir, der gehört mir, der gehört mir, oder vielleicht nicht. Aber lass mich ganz kurz erklären. 99 Stück von diesem Tasmanian Tiger teilen, werden an alle, wir haben nämlich Osteraktion jetzt, ab, ich weiß das Datum nicht, komm, geh einfach in meinen Shop, komm, ist billig Eigenwerbung, geh einfach in meinen Shop, dort findest du ein Pop-up und dort steht, dass ab jetzt die ersten 99 Käufer von irgendeinem TT-Produkt, ist vollkommen egal. Also, ich will euch das erklären, alle, alle, die ein TT-Produkt einkaufen, irgendeins, einen Rucksack, eine Tasche, und du kannst natürlich alles kombinieren, kannst sagen, okay, eigentlich wollte ich die ganze Zeit schon eines der neuen Rainer Rossmann K4 ADC-Mess haben, oder ich wollte den Irbis haben, oder ich wollte irgendwas anderes haben, Notnahrung, eine Taschenlampe, einen Schlafsack, ich weiß nicht was. Und du kaufst ein TT-Produkt dazu, oder du kaufst nur die TT-Produkte ein, wie den Raidback MK3, wo ja einige geglaubt haben, er ist tot, weil mein Video auf der IWA wirklich so enthusiastisch war, und hier alle geglaubt haben, es gibt keine TT-Raidback MK3, nein, natürlich gibt es dennoch, aber eines, und das ist ungelogen, wie man so schön sagt, die Nachfrage nach insgesamt diesen Outdoor-Teilen ist momentan so enorm, und auch durch, und das steht nicht nur in der Zeitung, sondern ich, also ich lese das nicht nur in der Zeitung, sondern ich spüre es am eigenen Leib, diese Lieferengpässe machen den Rucksack, dieses Raidback MK3 momentan extrem eng. Das heißt, für alle, die sowas haben wollen, ich würde wirklich nicht warten. Das Basecamp 52 wird kommen, aber wenn du da Raidback MK3 haben willst, ich würde nicht warten. Wir sind jetzt, ja, bei unseren Nachbestellungen, wir haben jetzt wieder nachbestellt, wir sind Ende des Jahres 2022, also wenn wir keine mehr haben, keine Raidbacks, dann heißt es, warte bis zum Weihnachtsmann, nix Osterhase, dann ist es der Weihnachtsmann. Und das betrifft nicht nur ATT, sondern betrifft viele andere Produkte auch, also, wie gesagt, wenn man was will, sollte man es jetzt tun und nicht später, weil später wird es nicht einfacher und auch nicht günstiger, da bin ich mir ziemlich sicher, aber wurscht. So, das heißt, du kaufst da irgendwas, wie gesagt, irgendwas anderes dazu und ein TT-Produkt und bist mit dabei. Und bei den ersten 99, die kriegen diesen coolen Patch. Und dieser eine Patch hier, dieser eine Patch, mit dem habe ich was ganz Spezielles vor, aber das erzähle ich erst, 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 erst nach Ostern. Da haben wir uns was Nettes überlegt, etwas Karitatives sozusagen, aber dazu komme ich anders mal. So, das war's jetzt. Dass dieses Video die billigste, wirklich niederträchtigste, gemeinste, billigste Eigenpromotionswerbung war, die ich jemals gemacht habe auf YouTube, das muss dir klar sein. Weil ich natürlich nur die Oster-Aktion anschiebe. Ach ja, ich gebe es zu. Das war jetzt keine Substanz, das ist nur einfach dahergeschwafel. Also noch einmal, die ersten 99 bekommen den Patch, wenn sie ein TT-Produkt mit dazu kaufen. Wie gesagt, du kannst auch eine Rossmann-Irbis kaufen, die neuen KV-Messer, unsere Steckscheiden, die wir zum Beispiel für das Leatherman Wave haben, für den Gürtel, für Einhandbedienung und wieder reinstecken. Also, wurscht. Oder irgendwas anderes. Schau's dir an. Danke, liebe TT-Leute, dass ich euch 100 Stück abluxen konnte. Das ist ja nett. Dir mag ich sagen, hol dir was, wenn du willst. Schreib mir einen Kommentar, was du von TT-Produkten hältst. Daumen nach oben. Bitte auch nach unten. Ist auch cool. Abo dalassen. Tu mir einen Shop schauen. Aber andere Videos. Und den wunderbaren Ausblick und Frühlingsbeginner, Fall der Labatee genießen. Ciao, ciao.